Verkaufen Sie Ihre Wertpapiere ganz einfach. Loggen Sie sich in Ihr Internetbanking ein und gehen Sie in Ihr Depot. Wählen Sie direkt das Wertpapier aus, das Sie verkaufen möchten. Entscheiden Sie sich dann für den Handelsplatz und legen Sie die Details für den Verkauf fest. Jetzt nur noch freigeben und schon haben Sie Ihre Order beauftragt. Gut zu wissen, in Ihrer Banking2Go App geht das alles natürlich genauso leicht.